hallo und herzlich willkommen liebe freunde ja heute mal ein video über die community youtube germany ihr wisst ja alle onkel gamashek lp und ich wir haben die sozusagen ins leben gerufen und wir sind jetzt echt stolz schon darauf zu sagen wir haben jetzt fast 700 mitglieder und ja was soll ich dazu sagen also und zwar habe ich ein paar fragen ob wir die nicht noch ein bisschen ausbauen sollen weil wenn ich jetzt mal so gucke jeder postet hier videos rein ich meine ich finde das super mega geil aber am anfang haben wir noch drunter geschrieben videos kommentiert und jetzt mittlerweile ist halt ziemlich ja eigentlich so gespräche gar nichts mehr hat sich halt viel getan ist natürlich verständlich es werden immer mehr leute mehr posten und da habe ich halt ein paar fragen an euch ob ihr ideen habt und zwar man kann ja auch hier was mit abstimmung machen veranstaltung ob wir da vielleicht wenn man da wenn ein video 50 likes also bekommt dieses plus 1 ob wir den dann mal eine woche oder so anpingen dass er oben auf dem ersten platz ist zum beispiel oder irgendwelche coolen ideen habt was wir wie wir die community besser nutzen können wo wir alle was von haben weil ich sag mal am anfang kannte ich ja fast jeden der hier drin war in der community gruppe und onkel auch und mittlerweile sind ja viele neue dazu gekommen ich meine das ist super geil auf jeden fall aber ich möchte trotzdem hat auch wieder die leute ein bisschen mehr kennenlernen und dass man sich halt gegenseitig unterstützt und ich denke da profitieren wir alle von und deswegen und das spreche ich euch auch direkt an weil ich sag mal ich habe vielleicht ein paar ideen also das mit dem anpingen oder so finde ich ganz cool dass ein video in der woche mal angepingt wird komplett und dann einfach dass die leute mal drauf mehr drauf schauen und so halt die frage ist nur die machen was mit der abstimmung oder habt ihr andere ideen was wir dann nutzen können um einfach sag ich mal um gegenseitig zu unterstützen und natürlich dass wir wieder mehr alle aktiv werden hier in der community nicht nur videos posten und wieder rausgehen wir können das alle ich meine das macht jeder einfach mal kurz schnell ein video ein posten hey aber dass man da vielleicht auch guckt oder zumindest mal drauf schaut oder unterscheiden sage ich mal kommentar hinterlässt oder einfach teilt weil ich sag mal wenn jetzt wirklich bei 700 leuten 500 leuten video posten am tag ist klar da kann kein mensch dann 500 videos am tag gucken deswegen ob er da irgendwelche ideen habt oder so weil ich finde das eigentlich eine super geile sache mit der community ich bin echt stolz darauf dass das hier so gut läuft dass hier so viele videos gepostet werden ich muss hier täglich immer 20 30 videos genehmigen die gepostet werden also wird fleißig auch gepostet nur halt mir fehlt es hier mit den kommentaren oder dass man sich hier mal verständigt oder events ob man da irgendwas machen könnte und ich bin auf jeden fall für ideen offen ihr könnt mich gerne privat anschreiben oder direkt in die community natürlich auch und wenn euch das gefällt oder ihr ideen habt oder so ich sag mal warum nicht ich sag mal so ist ja auch schon cool man postet videos und hier aber wenn wir doch dann irgendwas machen wo wir mehr davon soll ich mal alle gucken teilen dass man redet man lernt sich kennen und so und ich kann ja nur sagen ich habe so viele coole leute mitte kennengelernt wenn es ihr onkel und da kann man also ist einfach geil gewesen und wahrscheinlich sind hier wenn ich mir so die videos immer angucke sind sehr sehr gute videos auch immer dabei und viele leute kenne ich zum beispiel gar nicht und ich würde halt auch gerne jeden einzelnen und so kennenlernen einigermaßen so dass man sagt hey jo alles klar du bist und hey mal videos gucken teilen quatschen leiten gegenseitig oder so halt auch mal video reinschauen weil hier spielebibliothek zum beispiel nach sehr gute videos schaue ich immer gerne rein und sind ja auch viele bekannte die schon von anfang an dabei waren chrysler und elize habe ich auch schon gesehen wo also sind ja sehr viele bekannte die ich noch kennen aber natürlich auch das team zum beispiel ist neu und ja dass wir da halt einfach ein bisschen irgendwie sage ich meine community was tun also ich wäre auf jeden fall dafür kann ja sein dass du sagt nö brauchen wir nicht ist gar kein problem wer da irgendeine idee hat oder das gut findet oder sagen wir mal dass wir uns da gedanken machen können dann gerne darüber schreiben und so und dann werden wir das natürlich auch umsetzen in der community und ich denke mal die wird ja auch weiter wachsen bald sind dann vielleicht tausend leute schon drin und ich wäre auf jeden fall dafür was dass wir da auf jeden fall irgendwas machen mit der community dass er halt einfach nicht so ja es wird gepostet von jedem aber keiner guckt so wirklich oder kommentiert oder sag ich mal man nimmt die videos nicht wahr und dann so eine kleine idee dass halt ja die videos wahrgenommen werden dass man sich kennen lernt und dass man sag ich mal bei 700 leuten wenn man sich alle gegenseitig unterstützen haben wir auf jeden fall mehr von als wenn man nur video rein posteten vielleicht kein von den 700 kennt oder vielleicht auch keins von den 700 videos anschaut wenn ihr ideen habt auf jeden fall aus damit dankeschön ja ich hoffe mal so einen kleinen andenkstoß ich hoffe es gefällt euch und ist eine gute idee und ja dann schauen wir weiter was passiert in zukunft mit youtube germany ich würde mich freuen eure wano ciao